Jo, willkommen zurück bei World of Warships! Äh, diesmal haben wir jetzt den Luis wieder. Und sind wir einmal das stärkste Schiff von der Stufe her. Und jetzt haben wir auch noch wieder was wir hier lassen können. Wir probieren mal von hinten zu oben. Ah, da muss man das hinter der Insel nur noch mal sehen. Ob das eine gescheite Idee ist. Weil du kennst ja noch nicht so. Ich bin erst seit zwei Tagen dabei. Niederhund. Ja. Aufgepasst. Aufgerufen. Aufgerufen. ... ... ... 1 1 1 1 1 1 1 2 3 Let's check it out. Light being closed. Was ist das? Ja, die St. Louis, die hat es schon in sich, äh, hat sie ja jetzt auch im Moment alle drin, ausser wenn der Kapitän noch aufgerüstet, dass man dort etwas, vielleicht noch mehr raus holen kann, aber so im Moment muss ich sagen, da habe ich ihn voll aufgerüstet und wenn du da mit voller Breitseite reinhauen kannst, kann das schon mal sein. D.O.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.! Ja, das ist schon ein Hammerteil, aber ich glaube nicht, dass da irgendwie noch ein Boot oder ein Schiff herum ist. Ja, gut, vielleicht die Schlafgeschrift, die Größe, dass die von der Kanone her, also von der Anzahl, meine ich jetzt einmal, dass es dort mehr sein könnte. Das könnte ich natürlich noch nicht erinnern. Aber das ist schon massiv für so ein Schiff. Von der Stufe her, der Stufe 3. Der Stufe Heid. Die Stufe. Sieben, ich habe hier. Ich habe hier. Das ist jetzt weit. Ich weiss, wir müssen schon mal wieder gehen. Ja, das ist der St. Louis Blues. Wenn das Ding einmal schön läuft, dann gehen wir posten. So viele Trafen haben wir jetzt auch noch nie erreicht. Siebel, schauke ich. Die haben wir noch mal, machen wir noch mal wieder. Soll ich seh, wenn man die Autometrie gerade kriegt, ist ja wohl... Ah, ich bin mir gut, ah... Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Come on. Oh! Yes! Aber das haben nicht mehr gehört. Ist egal, wir haben mitgewirkt. Wir haben mitgewirkt, das ist wichtig. Ja, wir haben wenig Points gemacht dieses Mal. Dieses Mal haben wir wenig gemacht. So! Dann machen wir noch mal eins mit dem. Dann können wir schauen, ob wir langsam wieder etwas aufrüsten können. Äh, aufrüsten. Mit der neuen Schrift freischalten. Da sieht es hier aus. Also, in diesem Fall, bis zum nächsten Kampf. So, wir sind wieder... ...do... und... Ich nochmal dieses Mal. Ich mache das 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 mal. Das... Und ich mache das mal. Sie haben schon die ganze Seite abgebrochen, das ist schon Wahnsinn. So, jetzt können wir sie auf der anderen Seite. Aber wir können sie nicht mehr auf dem Weg bringen. So, jetzt sind wir hier. So, jetzt sind wir hier. So, jetzt sind wir hier. Ja, das ist ja noch ein paar, dass der nicht nur mal durchstoß. Das ist ein Problem, Herr. Sok es. Ich bin der Nivea in der E-Nivea. Geht, Geht, Geht. Oh, das ist schon auch da. Ja, die drei haben, dann haben wir uns geholfen. Die drei haben, dann haben wir uns geholfen. Auf dem, auf dem, auf dem. Die drei haben, dann haben wir uns geholfen. Good shot, boys! Ja, ich denke einfach, darfst du einfach nicht zu viel allein rumfahren, weil ich dachte, ja, ja, kommt, D-Mark, hey, ja, das möchte ich. Ich habe so einen Verbandszerstörer und so einen Battleship oder einen Krützer zusammen, ein bisschen gemischt. Ich glaube, gar nicht leid. Ich glaube, gar nicht leid. Wir haben jetzt gut zusammen gearbeitet. Wir haben jetzt gut zusammen gearbeitet. Und so sind die anderen. Und die werden auch, die Ärzte da auch an. Und die werden wahrscheinlich auch ein bisschen verteidigt da hinten. Ja, ich denke. Ich denke. Ich denke, ich habe es schon nicht in der Nähe, aber ich glaube, die gedauert sind. Und die Leid, ich in die neue Leidwaffe. Ich hab's noch nicht mehr. Mann, da fliegen die ja Dinger doch gerne. Die ist ja verrückt. Oh, wow. Haben wir da noch Boll getroffen? Wahnsinn. Ja, jetzt wollen wir zusammen shoppen. Das ist ja wichtig eigentlich in diesem Spiel. Das ist nicht wie bei World of Tanks, wo du irgendwo in meine Ecke hineinstoß und warte noch mal ab. Das ist ja wichtig. Ja, jetzt machen wir das. Ich bin jetzt nicht mehr. Das ist ja wichtig. Das ist ja wichtig. Ich glaube, wir kommen jetzt alle an. Ich glaube, ich kann nicht mehr sagen. Ja, ja. Das wäre nicht wahr, Halt. Ja, ich hab's doch gut. Ich hab dich hier auf den Luchten. Ich hab dich hier auf. Scheiße, sorry, sorry, Mann. So, wo ist die Dachstin? Wo? Ich war. Muss ich mal mit der Regen drummessen? Ah. Yes! Yes! Und ein weiterer Sieg. Drei Schiffe zerstört. Das ist doch cool. Ich sehe, wo das Ziel drauf ist. Oh, jetzt habe ich dringend nicht geschaut, der Teamwarte. Ja, nun! Eben, St. Louis, die ist zu empfehlen, würde ich sagen. Da hast du schon Punkte. Das ist schon ein cooles Ding. Sieht auch heigenartig aus, mit der Kanonen auch nicht. Aber äh, sieh du jetzt. Also, dann machen wir da auch wieder ein Häuschen. Und ich sage mal danke fürs Zulüge. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, zusammen.